Herzlich willkommen zurück zu Remnant 2. Der Epi hat herausgefunden, wie es weitergeht und den werden wir jetzt erstmal aufsuchen. Wir gehen jetzt mal den Epi suchen. Keine Ahnung, ob er ist. Hallo, was schießt mich jetzt hier an? Oh, ich bin tot, dass ich bei dir bin. Ja, du sterb wirklich gut, da hinten wo du bist. Ja, ich seh nichts. Ich sterb hier gleich nicht. Komm zu dir, bei dich ran. Du musst hier an dem Loch vorbei, wo bist du denn da? Ach da. Ach du bist rechts von mir. Ich denke genau anderswo. Hier, komm mal hier hin, jetzt wo ich bin. Was sind das eigentlich für Teile? Die sind anders irgendwie, ne? Konntest du jetzt mal mitkommen? Ja super, jetzt hab ich wieder keine Munition mehr. Hast du jetzt aufgemacht? Du hast mir die letzte gerade geklaut. Komm mal mit. So, ich laufe ja gar nicht. Und zwar hier drinnen, in diesem komischen Frack da unten. Da unten müssen wir rein. Bist du bereit? Hier sind wir doch zigfach rumgelaufen. Nein, wir sind nicht. Jetzt komm, Mensch. Ja, da hinten ist doch... Ey, wie oft sind wir hier im Kreis gelaufen? Ohne Scheiß jetzt. Keine Ahnung. Kommst du jetzt oder was? Da ist der Bewahrer. Wie oft sind wir... Ey, du kannst nicht mal. Ja toll, ich hab jetzt keine Munition wegen dir, weil du mir die weggenommen hast. Ich wieder, ja. Ja, wer denn sonst? Sonst war keiner da. Hallo? Wieso... Was war das denn? Wieso geht die hier auf den Boden? Warum ist der umgefallen? Ohne, dass du was... Ach so, scheiße. Nimm du die Munition. Ich kann eh nicht aufnehmen. Hier ist ein komischer... ...Farstoiletto. Wieso bin ich vergrüftet? Das ist doch nicht gut. Da müffelt's auch ganz schön da unten. Wahrscheinlich zu viele Tote. Komm, Hundi, stell dich richtig drauf. Der bleibt hängen. Warum geht der nicht runter? Wir haben den noch nicht aktiviert. Doch. Und jetzt. Der Hund war schuld. Der hat sich... Oh, guck mal, wo er jetzt ist. Ah, was... Oh. Oh. Okay, ich dachte, die bewegen sich nicht. Okay, ich dachte, die bewegen sich nicht. Oh. Ah, nein! Wieso stehe ich hier noch drauf? Aber von denen... Von denen gibt's keine, äh... ...keine Munition. Das ist die Scheiße. Gerade die müssten doch eigentlich welche haben. Die... Ziele Schüsse. Was denn hier los? mich aber gerade auch hier ist doch munition hier unten aber von der anderen glaube ich nicht mehr davon kann ich nichts mehr tragen hier geht es hoch und da rein wo gehen wir hin wo bist du ja ich bin hochgegangen da doch nicht ja sonst hier hinten hoch du gehst ja jetzt wieder die oberfläche warum wird seine oberfläche ich gehe oben ins labor und dann gehen wir jetzt hier wieder runter aus den bauern hier ist noch mal was zum einsamen das war altmetall glaube ich ja siehst es hätten wir jetzt nicht gehabt aus dem film vier altmetall jetzt sind wir wieder hier unten also kommen jetzt mit menschen hier geht es ziemlich weiter bist du hier jetzt voll unlogisch ja aber von da kam nein wir kam von dem fahrstuhl der da hinten steht der 0 orientierung das raketentreibstoff will ich haben das wird mal check pointen hier ja weil es böse wird glaube ich dann lass uns zurückkehren gewölbe verlassen das war mein altmetall jetzt habe ich zwei eisen nicht so mene was kommt jetzt über die sehen irgendwie böse aus hier hört sich irgendwie total der hund bleibt einfach sitzen ja weil es hört sich irgendwie scheiße an das wollte die welt hören was war das für ein ding ich bin immer vergiftet nur so ein wandern davon weiß ich noch nicht ja von dem lila zeug das darfst du nicht abkriegen das ist lila zeug was ist das seltsam was war das was war das ach so was war das was war das zur hölle keine ahnung was ist das zu bieb ich glaube keine modellation mehr du kannst du nehmen ne die rote nicht aber die andere das ist irgendwie komisch ich will hier weg Hier waren wir ja, das ist ja, aber irgendwie muss es doch hier weiter, warte mal, ist das denn da oben? Kann man nicht erschließen. Aber hier unten ist sonst nichts, ne? Ja, wir können doch hier erstmal weitergehen. Achso, ja, ja, da geht's weiter, stimmt. Sie kommen! Nein, wir stehen! Alter, so! Diga! Was war das denn? Ein Riese. Oh fuck, fuck, ich bin tot, ich bin tot. Ich auch. Nein, nicht aufgeben. Ach. Und, heil mich. Ja, hallo. Wie kriege ich dich wieder? Keine Ahnung, E drücken oder so. Ne, mit dem Herz, mit dem Herz. Guck mal unten links. Oh Gott. Danke. Ey, warum zeige ich dir das nicht an? Ey, mein erster fast tot. Ich hätte nicht schlagen sollen, das war ein Fehler. Und ich habe das erste Mal jemanden erweckt. Du bist von mir erweckt worden. Ja, weil ich Kopfschmerzen habe und totale Nackenschmerzen und mich nicht konzentrieren kann. Hier geht's hoch. Ich meine, ja, das stimmt. Aber da geht's auch noch lang. Ja doch, hier unten geht's rechts auch noch lang, ja. Ja, da oben sind welche, oder ist einer? Ja, da oben sind welche, oder ist einer? Ja, alles klar. Alter. Alter. Hinter dir. Ach, du bist das gar nicht, das war der. Warum kann ich nicht schießen? Das hat so ein Feeling irgendwie von Resident Evil. Okay. Haben wir uns einen neuen Weg freigemacht? Nee. Hier rüber geht's. Ich bin nicht, ich hab mich total, ich weiß nicht. Hier unten geht's irgendwie runter rauf. Ja, da kommen wir zum Gleichen aus. So mal. Warte, ob geht's runter? Ja, hier unten ist irgendwas, aber da gibt's die runter. Ja, dann lass uns erstmal hier einmal im Kreis drehen. Da leuchtet was. Da leuchtet was. Hier hinten ist was, ne blaues Sachen, hier ist was blaues. Das ist lila, aber ist okay. Ja, lila. Ja, ist von mir aus. Nimm's auf. Bandes Wissen. Buchtes Wissen. Achso, äh, Errungenschaft. Ich brauch mehr Leben. Nee. Ich brauch Leben. Errungenschaften, ich schlug's ins Eigenschaftspunkt. Eigenschaftspunkt, ja. Warte mal. Das kann ich nicht. Das ist, glaub ich, wenn ich level. Mattaufbaurate, Fähigkeiten, Abklingzeit. Auf jeden Fall Gesundheit. So, jetzt weiß ich immer noch nicht, was hier war. Über Eisen und Regelektstaub und sowas liegt da noch. Kannst du das aufnehmen? Nimm mal auf. Hä, warum geht das nicht? Doch jetzt. Ah, ah! Ach, ich hab nichts zum Nachladen. Ja geil, ich hab gleich nichts mehr. Super. Warte, ich nehm, ich nehm wieder meine andere Waffe. Dann brauch ich keine, dann nimmst, äh, ist die rote, glaub ich, brauch ich dann nicht mehr. Das ist das rote, das kannst du nehmen. Ja, da gehen wir zurück. Da gehen wir zurück. Zurück? Ja, hier haben wir noch nicht erkundet. Das geht gleich links. Ja, hier ist, hier ist irgendwas hier drin. Boah. Ja. 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 Nimm mal die Mutti da hinten. Großes, hässliches Monster auf 12 Uhr. Wie, auf 12 Uhr. Noch mal rote, Munition. Okay. Hab aber gleich nichts mehr. Ja, da ist doch rote Munition. Nachladen, 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 nachladen. Oh, komm. Komm. Schreib, wir stehen. Guck mal, wenn die Streize kommen, denk' ich. Aua. Ist weg. Ja. Ich bin hier reingestürmt. Hier ist's. Hock. Reingestürmt, weißt du? Wenn die rote Muni braucht. Immer draufhalten. Es gehört immer drauf halten. Das hört sich auch scheiße an, Wetter. Was ist das denn hier? Moment, ich muss nachladen. Oh Mann, ich hab was auf der Zunge liegen. Oh, hinter uns. Aber was müssen wir hier? Können wir hier irgendwas mitmachen? Nee, ne? Da ist einer am Anflug. Oh, da kommt was Großes. Scheiße, ich bin in der Mitte. Was ist das denn? Ich muss nachladen, nachladen, nachladen. Oh nein, ich wusste nicht. Schieß drauf. Ich musste erst mal ausweichen mehr. Kein Platz mehr. Okay, jetzt bin ich wieder fast keine Munition. Das war wieder eklig. Hier hinten ist noch mal ein lilanes Ding. Ein Ring ist jetzt los. Stein der Weite. Mhm. Da kommt was. Da liegt rote Muri, wenn du brauchst. Hier. Du sagst doch noch weiterballern, weißt du. Er hat einfach so vor sich hingeschossen. Ohne Ziel, ohne Sinn. Weiterballern. Dann kommen wir da irgendwie rein. Oh, und? Hier waren wir nicht eben, ne? Ja doch, eigentlich schon, laut dem Ding. Hier oben noch nicht. Ohne Ziel. Ohne Ziel. Ohne Ziel. Ohne Ziel. Ohne Ziel. Warum stand da so ein Ding dazwischen? Alter. Was war das? Danke. Hä? Das wird nicht mehr. Da liegt noch was. Ich wollte gerade heilen. Auf einmal ist irgendwas explodiert oder so. Ja, das ist doch diese scheiß Schockwelle, die du da kriegst irgendwie. Ja, aber die war doch schon. Nee, ich bin da eigentlich oben, ne? Da geht's runter. Dankeschön. Was ist hier hinten noch? Ach, hier geht's auch nur runter, ne? Äh, irgendwie... Irgendwie müssen wir hier eigentlich so einen Knüffel wiederfinden. Sonst bringt das ja alles nichts. Nämlich an, ne? Waren wir da schon? Hier, warte mal. Hier waren wir jetzt eigentlich schon überall, aber... Aber hier hinten haben wir was nicht... Ganz oben. Also links, links? Ja, in die Richtung, ne? Ja. Da waren wir noch nicht. So. Und darunter meine ich jetzt, wenn ich hier nach unten bin, ne? Aber da ist nix mehr, sonst nix. Ja, da müssen wir aber hoch. Ja, aber es ist ja nicht irgendwie das, was ich meine. Achso, doch, da hinten ist doch was. Hier, ich triff jetzt da hinten den anderen. Warte mal, was ist denn hier? Hier waren wir noch nicht oben. Ach, da geht's weiter. Wollt schon sagen, wieso kommen wir da nicht hoch? Also hier ist ein Strahl irgendwie, aber... Das hat uns jetzt nicht so viel gebracht. Oh. Irgendwas hört sich hier komisch hören. Aber von deiner Seite aus. Was ist dahinter? Hier hinter? Ey, die kommen wieder irgendwo rausgesprungen gleich. Besser wäre gewesen, du wärst auf die andere. Achtung, hinter uns. Geh mal auf die andere. Boah, hier ist was Auge, ich bin tot. Oh, was ist das, was ist das? Oh, Hilfe. Ich kann, wieso kann ich das cool nicht machen? Ach, jetzt. Achtung, die Mäste, die Mäste. Dann geht raus. Ist das wieder weg, das Ding? Hä, ist das tot, oder was ist das jetzt? Na, ne. Hä, wo ist das denn? Also ich hab quasi nix mehr an Munition. Ah, da unten ist es. Der Schild ist down. Der Schild ist down. Komm, ich komm hier nicht raus. Wieso komm ich hier nicht raus? Er ist down, er ist down, er ist down. Fuck, ey. Hier ist noch Munition. Das war's aber langsam richtig, richtig knapp mit Munition. Was war das alles? Eisen und irgendwas Zeug habe ich gekriegt auf jeden Fall. Eisenverband, irgendwas. Aber da geht's weiter, da ist auch irgendwas Rotes da hinten noch so auf der Karte, jetzt wir müssen hier runter. Ja, ja, deswegen laufen wir ja gerade hier rum. Ja, bevor du irgendwas anderes machst, immer erst in den Niedern gucken. Ja, aber nicht auf diese Leuchten, dann musst du aufpassen. Nee, hab ich noch nie drauf gezielt. Ah, ich weiß nicht. Gummerweise stehen, so wie hier, stehen die schon mal dann daneben. Wir müssen uns da runter. Nee, wir müssen auf die andere Seite. Und, äh, kannst du das auch rum? Ja. Hier ist ein Checkpoint. Aber das ist schon scheiße, wenn da ein Checkpoint ist. Hier noch was? Nee. Oh ja. Hier. Ja, vor allen Dingen, weil ich keine Munition hab. Bedenke, die Dinger explodieren. Riecht du das? Ah, jetzt kommt der Boss. Nein, oder? Ich, ich muss mich mal eben auf, weil, hier sitzt ich mal hin, ne Runde. Ja, wir müssen das Ganze nur wieder zurück machen. Setz dich mal hin. Äh, wenn, äh, wenn wir dann durch sind, was weißt du? Nein, müssen wir nicht. Natürlich, es wird alles zurückgesetzt. Wir porten dann raus. Was war das gerade? Äh. Ich glaube, wir müssen hier runter, ne? Ja, hier durch müssen wir. Ist doch irgendwas in der Wand drin. Ich sag dir jetzt schon mal, ich hab fast keine Munition. Ich auch nicht. Schon wieder so viel. Wir machen jetzt Indiana Jones. Ja, geht doch. Ja, geil, was macht der denn hier? Was macht das die? Hallo? Was ist das denn da, ey? Wir müssen die Blechdinger da abschießen. Ja, ich hätte gerne auch was gemacht, aber der ist irgendwie so komisch, ob ich draufgegangen kann. Und die Dinger, die am Boden dann liegen, wenn das abgeht. Oha. Ich hab hier einen Heilkreis, komm schnell. Oh, nee, das ist höher ernst jetzt. Aus der Russe. Ich komm nicht an die Dinger an. Oh. Weich bloß nicht aus. Kein Thema. Alter. Hallo? Nein, ich bin tot. Der Hund ist mich noch tapfer am verteidigen. Nein, ich bin auch da ungleich. Hallo? Kann der Hund dich heilen? Jetzt geh doch, Mann, ey. Was ist mit dem? Danke. 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 Keinemolitionen Nein! Mal Bassistas! Keinemolitionen, Saga! Ja, ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Wack, 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 wack! Ich bin... Ich bin... Ähm... Mein... 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 Okay! Ja, wir haben... Yes! Äfft euch alle! Ooooooh! Ey, aber Anfang, als das Vieh rauskam, ne? Hab ich mir so gedacht... Okay, das wird die Szene sein, wo wir sterben und ich dann sagen werde... Wir sehen dann in der nächsten Folge, ob wir ihn doch noch hinkriegen. Ich kann nicht Kuh drücken. Daneben geht es nicht. Wieso kann ich keinen Kuh drücken? Ja, ich muss noch aufladen, ja, aber... Alter! Sollen wir das nochmal machen? Ähm... Wir haben aber immer noch nicht dieses Ding. Irgendwas fehlt uns ja noch. Wir haben ja jetzt gekillt, aber... Warte mal... Letztes Mal hatten wir doch auch irgendwie, nachdem wir so'n Kampf... Also nicht so'n Kampf, aber nachdem wir so'n größer... Ah, hier ist noch Muni. Äh... nachdem wir so'n Kampf hatten... Such hier alles mal gut ab... Äh... dass wir... Irgendwo danach die dann holen konnten. Deine Ecke hast du nachgeguckt? Ich bin gerade am Punkt vergeben hier. Haben wir einen Punkt bekommen? Ja, also ein Ereignispunkt, ein Dingspunkt. Charakter, was ist das denn? Z, mutiertes Wachstum hab ich hier erhalten als Material. Ja, Quatsch, Eigenschaften. Ja, aber... Warte mal, die Tür ist da irgendwo? Also Tür müssen wir nach da wieder gehen? Ja, ja, noch nicht durch die Tür durch, aber wir können hier mal in die Richtung gehen. Warte mal, hier hinten ist aber noch irgendwas. Ich muss mal gucken, ob da irgendwas drin ist. So, willst du mich... Sag mal, es ist nicht euer Ernst! Ne, 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 ne. Das Ding war da drin! Achso, wir sollen da hinten rausgehen, wo du jetzt hingehst. Da, da ist der Weg raus. Ja, aber lass uns hier erstmal gucken, bevor wir durch die Tür gehen, wie gesagt. Ob wir davor noch irgendwas fliegen. Warum hast du hier wieder hingekotzt? Ich weiß mich nicht mal kotzen, also. Oh, hier gibt's grüne Kotze, Blutstaub. Und ein Schlüssel. Ne, ne, Verbrauchstempo. Modlaufzeit? Blutstaub ist das. Ja. Ich hol die gehunde, ich muss hier mal gucken. Ja. Ja, aber... Ja, nicht durch die Tür gehen, wie gesagt. Ja, aber... Äh... Vielleicht ist es nur der Boss. Kann auch sein, dass es hier nur der Boss war. Das Ding auch wirklich. Weil irgendwie... Ja, ich will halt nur nicht, dass wir jetzt nachher einen Fehler machen. Ne? Ja, aber wir sind in der Domäne der Verdorbenheit. Was willst du da für einen Fehler machen? Da bist du einfach... Ja, ja. Der Fehler ist schon im... System. Im Satz. Hier! Warte mal, ich geh mal gucken, was der hier macht. Warte mal, was zeigt uns denn die Karte an? Dass... Dass die entdeckt worden ist. Warte mal, hier... Ne, da war ein Checkpoint. Das ist ganz anders. Können wir eigentlich zurück zu dem Check... Ne, dann wird nachher der Boss wieder zurückgesetzt, oder? Das wäre vielleicht nicht so gut. Na, ich glaub, wir müssen da hoch. Oder sollen wir hier nochmal kurz gucken, ob wir noch irgendwas finden? Irgendwann, wir müssen da hoch. Das... Ich glaub nicht... Warte mal, was sagt die Karte? Die Karte sagt... Da hinten ist irgendwas Rotes. Was sagst du noch nicht? Checkpoint. Was sag ich denn die ganze Zeit? Warum hört der nicht so? Ja, du sagst immer viel, wenn der Tag lang ist. Aber... Ich geh jetzt hier drauf. Tschüss. Tschüss Huni. Ey, Huni! Huni! Ah! Du bist so doof, Huni. Ganz ehrlich. Der hat keinen Bock auf Dings fahren. War schon was. Ich wollt grad sagen, was ist das denn? Ähm... Hier ist ne Tür. Ähm... Hier ist ne Tür. Damit kann man raus. Alter, was ist das für ein riesen Viech da hinten? Oh! Oh! Hab ich mich! Warte mal! Was ne? Ah! Da oben ist das! Letztes Mal hatten wir doch auch so ne Treppe. Ja! Ja! Ich bin jetzt... Ich hol das jetzt hier. Ja! Ein Schlüssel des Zufas! Ein Schlüssel des Zufas! Oh! Oh Gott! Hey! Achso, die Tür hat sich beöffentlicht. Ich dachte aber schon. Hey! Ja! Meine Fresse! Das heißt doch jetzt nicht, dass wir hier... Ne. Alter! Was ist hier noch? Es war aber wichtig, dass wir nicht einfach so losgeballert haben. Ich hab dann zwischendurch, hab ich da Munition gespart, indem ich dann die Viecher mit der Keule gemacht hab. Die hab ich zum Glück vorhin noch ein bisschen verbessert. Was ist das denn hier? Ist das irgendwas? Ja. Sieht irgendwie komisch aus, als wenn das aufgeht, ne? Oder... Da ist oben hängende Kugel irgendwie. Was ist das denn da? Hm. Kann man nicht amüsieren? Hier ist auch ne Kugel da oben, aber kann man auch nix machen. Hauptsache, wir machen alles kaputt. Oh, die Tür ist wieder auf. Ja, die ist doch eben aufgegangen. Ja, aber dann haben... haben wir zumindest jetzt einen Schlüssel. Den zweiten. Aber wir brauchen noch drei, oder? Glaube ich, ne? Äh... Wir brauchen zwei gleiche, habe ich gelesen. Oder... Drei. Also die sind sich irgendwie nicht sicher, was das jetzt genau ist. Also der ist schon mal rot, den ich jetzt... oder den wir geholt haben. Ja, wir... Also wahrscheinlich holen wir uns dann drei. Ein Checkpoint! Ein Checkpoint! Lass uns da hingehen! Oh, das ist jetzt wieder komplett neues Gebiet hier. Oh. Egal. Ich muss erstmal stille schauen. Alter. Das war echt zu viel für mein Herz heute. Ich weiß auch nicht. Oh. Aber ich muss dazu sagen, es ging. Wir sind zwar öfter gestorben. Nein. Du bist öfter gestorben. Ne, ich bin gerade überlegen. Wir sind beide nur einmal gestorben bei dem Boss. Ich bin einmal gestorben, dass du mich zurückgeholt und einmal hat der Hund dich zurückgeholt. Ja. Also so oft war es eigentlich streng genommen gar nicht. Ähm... Aber dafür muss ich sagen, haben wir es doch sehr gut gemacht. Also die, die nachkamen, diese Typen, fand ich nicht so schlimm, weil die nicht so in Scharen kamen, weißt du? Mhm. Und die konntest du gut mit der Keule weghauen. Und äh... Du hast eigentlich recht schnell festgestellt, wie du den Boss machen musstest. Du musst halt diese Platten da wegsprengen. Also die musstest du wegschießen. Da musstest du auf diese Bombendinger, sage ich jetzt mal, diese Blitzteile schießen, die da im Körper hatte. Und wenn die am Boden lagen und der in der Nähe war, habe ich auch immer darauf geschossen. Dann gab es eine riesen Explosion. Ehrlich gesagt, ich habe nichts mitbekommen von dem Boss. Ich muss mir das auf dem Video selber nochmal angucken. Aber ich schätze, das hat wohl gut Schaden bei ihm gemacht. Also ich habe nur mitbekommen, dein Leben, mein Leben, Boss ist wieder da, Boss will fressen. Sowas habe ich nur mitbekommen, alles andere habe ich gar nicht mitbekommen. Ja. So, da der EP sich gerade total am langweilen ist und versucht hier schon die Gegnerhalle anzulocken, würde ich sagen, mach mal hier einen ganz schnellen Cut und dann sehen wir den Rest in der nächsten Folge. Ciao. Ciao. Joom! Vielen Dank für Dein Like. Wenn Du mehr davon sehen möchtest, dann darfst Du mich auch gerne abonnieren.